Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Jo, ähm... Wir sind angeschlagen, wir sind verletzt. Was soll ich sagen? Das Leben ist zu hart. Ähm... Ja. Wir sind eigentlich nur mehr am Saufen. Jo. Frust. Wir brauchen Quests, ähm... Nur woher kriegen, ne? Ähm... Ich würde mal sagen... Ich schaue nochmal kurz, wie weit ist das nächste Level abentfernt. Das dauert noch ewig. Ähm... Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zu den Berserkern. Weil Konverter und so ist der Fall nicht mehr so viel. Ähm... Zu machen. Weil den Hammer abgeschalten, aber Quest abgeben kannst du vergessen, weil das ist nämlich genug. Dem komischen Kauzele und... Und, ja... Handwerkslehrer. Ich habe vergessen, was wollte ich eigentlich lernen? Kampf wäre nicht schlecht, ne? Weiter unseren Kampf stehlen. Lager der Mitte. Ray. Axe. Bla, bla, bla. Überlebenslehrer Eckhardt. Ja. Überleben. Bin mir nicht sicher. Bei der Schmiede... Warte mal. Da oben war, glaube ich, Kampf, ne? Der eine Typ. Wo man jetzt Berserker-Fähigkeiten herkriegt, weiß ich überhaupt nicht. Das könnte vielleicht der Berserker-Lehrer sein, eventuell der, was dieses ganze Elex sammelt, ne? Vielleicht. Skelle Struktur abgeschlossen. Dieses Gebäude besitzt 45 Räume. 15 Wohnungen. Schön. Davon sieben Wohnungen gut bewohnbar. Sechs Wohnungen unbewohnbar zerstört. Rest teilweise bewohnbar. Danke. Schön für die Info. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Schön. Fernkampf, schwere Waffen, Parade-Stärke und Granadchen. Lässt dich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Granatis. Ausgeteilter Schaden mit Handgranaten mit jeder Stufe. Fernkampfwaffen. Nahkampf geht gar nichts. Da sind wir zu schwach. Gut. Ich wollte ja sowieso mal Berserker schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns um etwas beibringen kann. Der Berserker-Chef selber. Ich schaue mal kurz, ob man von dem was lernen kann. Oder ob das wer anders ist oder überhaupt jemand hier. Kann ja auch sein. Schauen wir mal. Kannst du mir was beibringen? Beförderung sprechen. Geht da was? Ich will über meine Beförderung sprechen. Ah na, da geht noch gar nichts. Ich wollte nur mal schauen. Dafür ist es wirklich zu spät jetzt. Ich höre dir gar nicht mehr zu. Da bin ich anderer Meinung. So nicht. Ich verstehe kein Wort. Okay. Haben wir schon verstanden. Gut. Also der kann uns gar nichts beibringen. Ich habe es vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Gut. Dann glaube ich... Irgendwo da unten gibt es ja den einen Typ, der diesen Manerschrein da, diesen Elex-Schrein da bewachen tut. Kann der uns was mit Berserker beibringen? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal nach. Ich glaube, da steht er schon. Servus. Wie ich sehe, hast du dich uns angeschlossen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Doch. Denk immer daran, dass ich weiß, dass du ein Alp bist. Nö. Die Warlords mögen dir vertrauen. Ja. Aber ich kenne dein Geheimnis. Naja, bis jetzt hast du dir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich will den Status Quo beibehalten und dich nicht verraten. Vorerst. Danke. Bring mir was bei, tatsächlich. Bring mir etwas bei. Gut. Berserker. Da war meine Vermutung gar nicht mal so schlecht. So. Was könnten wir? Spruch der Heilung geht hier überhaupt nicht. Da fällt uns die Gerissenheit. Ja, die fehlt mir sowieso. Okay. Magie und Mana könnte man was machen. Magie. Magische Sprüche halten weniger länger an. Also entweder, nicht wen. Ja. Halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Der Effekt steigert sich mit jeder Stufe. Und Mana steigert dein Mana mit jeder Stufe. Dann können wir unsere Faustwaffe da wieder einsetzen mehr. Waffe verzaubern. Das wäre schön. Fächerschuss. Suchender Pfeil. Spruch Geistgestalt. Das kann was? Aha. Wahrnehmung wird halbiert. Spruch Lederhaut. Wahrscheinlich mehr Rüstung. Boah. Viel mehr Rüstung. Bluttransfer. Eine Heilung. Aha. Sind wir dann so eine Art Vampir oder was? Geisterwolf. Lebensspanne Variable. Ja. Wenn er umkaut, wird das ja hin. Abklingzeit eine Minute. Ein Geisterwolf, der im Kampf zur Seite steht. Leben aufspüren. Leben erspüren. Aha. Spruch Gift Aura. Okay. Spruch Heilung. Gesundheit plus. Ja, das geht halt alles noch nicht. Okay. Da wären, glaube ich, die anderen Sachen womit dann nützlicher. Danke. Ich weiß nicht, was ich will. Was soll ich machen? Ich könnte zuerst mal nachschauen, bevor ich zum Lehrer gehe. Das hätte ich vorher schon machen sollen. Und wo war diese Abteilung? Also, die Bootspunkte brauchen wir nichts mehr. Hier war das, ne? Zum Lernen. Genau. Ähm, gut. Also, wir waren schon beim Kampflehrer. Das ist nicht so meins. Feuerresistenz. Frost- und Giftresistenz. Abenteurer. Steigert ihr alle Teleporter auf der Korte an? Das wäre aber auch nicht schlecht. Was hätten wir hier? Also, falsch. Entschuldigung. Was wäre noch hier? Handwerker klauen. Goldschmied und Hecken. Ah ja, Hecken wollte ich auch noch. Ähm, wo war der Handwerker? Der war, glaube ich, dahinter dem Gasthaus, ne? Bergbau. Also, Hecken wäre schön. Goldschmied. Du kannst eine Werkbank, Ringe und Amulette herstellen. Das wäre auch nicht schlecht. Taschendiebstahl. Wäre auch nicht schlecht. Hätten wir mehr Geld. Wie wäre es, wenn wir uns für Klauen und für Hecken entscheiden würden? Ich glaube, das passt, ne? Also, Handwerker. Handwerker soll es sein. Der rotzt schwer durch die Gegend, ne? Ähm, wo war jetzt schnell das Gasthäuschen? War das... Na, hier waren die Heiler, ne? Das Gasthaus ist ein Stückchen weiter unten, glaube ich, ne? Also, am besten hier runter. Oh. Das ist doch nicht am besten. Da komme ich, glaube ich, nie lebend rüber. Na. Ja, keine Chance. Oh, doch. Oh, Glück gehabt. Ich meine, natürlich, das war gewollt. So. Nur ein Bild warten. Ich glaube, so von selber komme ich da nicht hoch, ne? Oh, je. Ja, ja. Jetzt komme ich vom Regen in die Traufe, ne? Schön. Latsch. Sehr schön. Das habe ich fein gemacht. Wartet mal kurz. Hey, das wollte ich nicht. So. Wartet mal kurz. Das war echt saubere Arbeit von mir. Ähm, ja. Da nochmal hin. Sauber gemacht. So kann man sich selber ein Ei legen. Ähm, gut. Hüpft drüber, bitte. So geht ja. So. Also, wir wollen zum Handwerkerlehrer. Sofern ich das halt hinkriege. Ist halt nicht selbstverständlich, dass ich das schaffe. So. Jetzt sind wir schon mal bei den Heiler. Ich glaube, Heiler hießen die, ne? Ja, ja. Sätze waren unten. Heiler sind die. Tada. So. Hui, ui, ui. So, und da müsste irgendwo... Der Handwerkertypisch sein. Alrik. Du warst das nicht... Oh doch, der warst gar nicht schon. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Ja. Also einmal klauen. Ja, bitte. Schleiche dich mit Feststelltaste von hinten an jemanden heran, um seinen Taschenübstahl zu begehen. Aber pass auf, dass dich keiner sieht. Okay. Und, äh, hacken. Passt. Jetzt bin ich zufrieden. Gut. Können wir gleich mal ausprobieren. Arklos. Okay, warte. Ich speichere vorher. Ähm. Das ist gleich unser Testobjekt, weil der Heiler hat es eigentlich eh verdient. Vielleicht können wir das tolle Schwert uns zurückklauen, das wir ihm besorgt haben. Ich glaube, das war er, ne? Sonnenbrille klassisch. Zu einfach. Geht alles? Zu einfach. Zu einfach. Hehe. Geilo. Nehm, alles, Stipitzt. Alles. Schön. Servus. Das lief super. Das lief sehr super. So. Fein. Ach, so wird das nicht. Der jammer schon wieder. Ora. Natürlich. Mhm. Na, cool. Ja, cool. Ein Bierli. Gib mir was zum Saufen. Ich will nur mal schauen. Na, Werkerhose kann ich nicht trinken. Schnaps, Albrause, Suppe, Bier, Brot, Wein. Hätte einen Haufen. Das wäre gar nicht so teuer. Dann können wir wenigstens wieder ein paar Dings herstellen. 50 ist vielleicht zu viel. Wobei, eigentlich nicht, ne? Boah, macht ein bisschen am Brenner. Genauso wie die Wasserfloschen. So, großer Heiltrank. Ah, ich schaue, ob wir es selber herstellen können. Ja, ich danke dir. So. Ähm. Na, sowas. Na, sowas. Okay. Ich, äh, wir... Kannst du es lieber bleiben? Du stehst mit deinem Dings im Weg. Also, so sehe ich gar nichts. So geht das nicht. So, nochmal. Unglaublich. Also, ich will nochmal zum Schmied, bitte. Wir möchten gerne unsere Ausrüstung aufstocken. Dazu gehört, massenweise trinken. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Ja. Richtig. So, also Tränkeleins. Ah ja. Ah ja. So, großer Heiltrank. Wie viel können wir jetzt machen? Das fällst du wohl gerne. Ah, ein einziges. Ja, ich glaub schon. Da fehlt noch was. Weil großes Heilkraut fehlt. Ich wäre die Sache anders angegangen. Das ist unglaublich. Wie schaut es mit Heiltrank aus? Da geht einiges. Da geht einiges. Da machen wir gleich. Anfertigen. 24. Ich danke dir. Wie soll das alles mal enden? Denke nicht. Okay. Ähm, zurück. Wie schaut es mit... Verlass dich auf jemanden. Wo sind denn? Kleiner Heiltrank. Nur fünf. Ja, ich glaub schon. Ja, ist es wurscht. Fertigen wir an. Passt. Manche Dinge lässt man besser vergraben. Ähm, mächtiger Heiltrank. Geht da was? Da fehlt noch was. Na, da geht gar nichts. Ähm. Muss ich dir das zweimal erklären? Großer Heiltrank. Es wird nicht zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mach mal zwölf. Das musste ja schief gehen. Passt. Das müsste mir reichen. Das erste. So, ja, bitte. Da bin ich anderer Meinung. Ja, ja, hör auf zu kämpfen. Lass deine Technik lieber stecken. Sonst passiert noch jemandem etwas. Ja, es ist schon gut. Die sind immer so aggressiv da. Also, wir haben zwölf, dreizehn große Heiltränke. Das ist schon mal was. Das tauschen wir gleich mal aus gegen den da. Passt. Manche Dinge brauchen Zeit. So, sehr gut. So kann das doch nicht weitergehen. Fein. Jetzt brauchen wir Quests. Da geht dir der Arsch auf Grundeis. Jetzt brauchen wir Quests. Und ich habe nur keine Ahnung, von wem wir da Quests kriegen könnten. So. Hauptmission. Geduld. Der alte Mann. Ah ja, stimmt. Der war ja. Stimmt, der alte Mann. Wir haben ja schon was gefunden. Der wohnt. Super. Wer um die Ecke? Okay. 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 Ja, das ist immer am besten, wenn wir zum Konverter Nord besser hinfliegen, hinporteln. Und wenn wir das Stück dann rauflaufen. Wieso wollen die eigentlich immer so beschissen? Oh, was haben wir denn da? Ach ja, die Kristallrate. Erledigt. Dachte ich schon, wo ist die hin? Ich will die looten. So. Gut. Dann müssen wir ein Stück laufen, ne? Ich hoffe, wir kommen da irgendwie an dieser Kampfmaschine vorbei. Oh! Da ist jetzt auch auf einmal eine. Wo kommt die jetzt her? Da ist noch eine. Ah, die ist beschäftigt mit ein bisschen Glück. So viel dazu. Glück. So, das besitze ich nicht. Ja, war klar. Hey, das ist gemein. Na, das ist... Mit dem bin ich echt nicht einverstanden. Warum steht da jetzt der... Kann man den Dreck irgendwie umgehen? Theoretisch ja. Hier runter, darüber. Kann man umgehen. Gut. Dann umgehen wir den Dreck. Ah, so was... Halt. Klopapier. Ih, das Klo ist umgefallen. Der Topf halt, ne? Also da immer. Pui. So. Ähm. Ah, da haben wir ein Opfer da unten. So, wir haben halt müssen einen wegmachen. Das hilft nichts. Ich bin schon wieder voll angeschlagen. Au. Au. So, ich muss mal kurz weg. Und hoffe, dass ich das überlebe. Sehr gut. Was, der ist einmal erledigt. So, wir machen auch Klerplatz. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Einmal looten. Und nochmal looten. Sehr gut. So. Wenn wir nur schauen, dass wir das Ganze irgendwie heil überstehen. Und dass wir den Konverter direkt da umgehen können. Da. Mal ein schönes Stückchen laufen. Ah, da unten ist noch so ein Viech. Dann können wir eigentlich auch pläten. Das war ja wurscht. So. Dann schnell speichern. Und der Partyschule gleich vorbei. Ich bin mir jetzt sicher, ob ich noch einen machen soll. Schlecht wär's nicht. Dann kann ich mich nächstes Wort beenden. Auf die Evil Reef in konzentrieren. Dann hätte ich theoretisch genug. Ah, ein Rudelführer war das gar nicht. Oh, ja. Hab ich gewusst. Hab ich gewusst. So. Dann einmal rundherum. Ist da unten was gestorben? Oh. Nein, der schlägt. Oh, ich dachte, der wäre hin. Nicht ganz. Jetzt ist er hin. Da ist noch so einer. Oh, ja. Komm her, Hundi. Zwei sogar. Schön. Oh, zack. Zack. Na? Da ist er hin. Sehr gut. So. Schön looten. Rohes Fleisch gibt uns. Das ist auch sehr gut. Kann man immer brauchen zum Kochen. So. Passt. Ah, da drüben sind noch zwei Opfer. Das hört gar nicht mehr auf. Ich merke gerade, ich sollte meine Speisekarte da ein bisschen umändern. Ähm. Na nü? Essen? So. Schnapselein und verkäuflich. Ich muss rauf weiter. Also Süppe hätte ich noch im Angebot. Drei Stück. Würde ich sagen, verbrauchen wir die mal. So. Und. Einen Stackteller haben wir da. Machen wir mal so. Und das passt schon. So. Aha, da sind drei. Ich hoffe, das sind nur Raptoren. Ähm. Ich glaube, das sind keine Raptoren. Rudi-Führer auf jeden Fall. Wohl leicht zu Besiegen gehen sogar. Viel Damage schritten sie auch nicht an. Könnten normale Raptoren sein. Ja, ja. Das sind nur normale Raptoren. Alles fein. Das ist mein Freund in Frieden, du Depp. So, geht ja. So. Und looten. Und den da auch auslooten. Sehr gut. So. Und weiter, Hatschma. Ja, es hilft nichts. Wir brauchen halt die Erfahrungspunkte. Was sollen wir machen? Ich hoffe, dass uns dieser Eremit einige Quests gibt. Das wäre ganz, ganz, ganz toll. Ich soll doch mal speichern. Nicht, dass da ein Unhold auf uns wartet. Wortwörtlich. Und der Part ist auch vorbei. Ah. Aha, da hinten rennen wieder ein paar Viecher herum. Die können wir noch zum Abschluss plätten. Zumindest versuchen zu plätten. Halt. Da ist eine Blume. Ja, wo seid ihr denn? Oh, da wohnt jemand. Hey, cool. Der hat ein Feuer. Der hat eine Feuerachst. Ein Jäger. Okay. Nein, Jäger will nicht umdrehen. Ich habe es bei dem Getümmel mit den Viechern nicht so genau gesehen. Aber du hast mir gegen die Viecher geholfen. Du musst verstehen. Ich sehe nicht mehr so gut. Danke, dass du mir geholfen hast. Hier. Für dich. Danke. Wow, cool. Also, das war jetzt sehr nett. Was ist das? Achso, eine Werkbank. Okay. Ja, dafür ist es halt noch tausendmal zu früh, ne? Die Axt wäre halt echt cool. Minus 18. Ja. Minus 18. Schrottschild. Wird sie das auszahlen? Tatsächlich, weniger Schaden. Ja, warum eigentlich nicht? Oh, Konstitution fehlt, dann können wir nicht mehr führen. Vergesst es. Derweil noch nicht. Schließen. Weg damit. Nein, nein, noch nicht. Ich will eigentlich noch die Beise hier looten. Herr Jäger. Meine Augen sind wirklich schlecht geworden. Ich bleibe besser erstmal hier. Ah, okay, da gibt es uns nichts. Aber er ist uns freundlich gesinnt. Das ist ja schön. So, ein rohes Fleisch, ein Haufen. Dann, was hat er hier noch? Einen Apfel. Noch ein Beiser. Also, wie viele Beiser sind denn da noch? Fünf Stück? Bist du geschaut? Na gut. Ein paar Sicheln. Das ist halt echt blöd, wenn die Augen flöten gehen. Das ist halt echt nicht fein. So, ich wollte den Part eigentlich beenden. Das ist mit der noch dazwischen gekommen. Aber es ist wurscht. Wir haben Geld bekommen. Ist ja schön. Na gut. Meine Lieben. Wir kommen unseren Questziel immer ein bisschen näher. Ein bisschen hatschen noch. Dann sind wir da. Ja. Ah, da. Der hat geschnarcht. Ich habe schon heute wohl liegen, der. Was, der ist hin? So, den wollte ich noch zum Abschluss machen. Ja, genau. Na gut, ihr Lieben. Noch einer. Ah, der schnarcht noch. Dann machen wir da im nächsten Part. Na gut, ihr Lieben. Das war es dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem. Weitestes Asst, ihr schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.